moin moin liebe freunde vom hsv und von neuen volkspark wir wahrscheinlich jetzt schon im videotitel lesen wird ist das auch mein abschiedsvideo schon für meinen volkspark gerade erst angefangen jetzt wieder aufgehört das ganze hat tatsächlich viele private gründe die so zusammengeflossen sind und dann nicht zu dieser entscheidung getrieben haben das praktikum zu beenden aber erst möchte ich klarstellen es hat nichts mit scholle dem hsv das auch immer zu tun ich möchte mich erst mal bei scholle bedanken dass ich erst mal so gut aufgenommen werde dass ich die chance bekommen hatte hinter die kulissen zu schauen ein kleines volkspark mitzuwirken doch jetzt mehrere faktoren haben mich eben dazu gedrängt dass ich jetzt dieses praktikum vorzeitig deutlich vorzeitig beenden werden muss und auch möchte wie gesagt wenn ihr wenn ihr hinter der kamera wüsstet wie viel leidenschaft freude und arbeit aber auch schon in diese projekte hier steckt sei es der community talk sei es der blog der tag ist immer voll getaktet und was man nicht als selbstverständlich ansehen darf deswegen folgt auf jeden fall weiter den ganzen kanälen hier lasst likes lasst abos da und ich werde natürlich auch mein volkspark weiterverfolgung auch weiter supporten ich hoffe dass der kanal immer weiter wächst und jetzt zu mir natürlich noch mal die projekte luis on tour und luis tagebuch die jetzt auf dem kanal werden erstmal auf eis gelegt aber da kommt in zukunft sicherlich noch was neues auf euch zu vielleicht mit schörle vielleicht mit anderen leuten werden wir dann sehen aber das wollte ich euch einmal sagen danke wie gesagt für den super bis hin und bleibt sportlich und hoffen wir mal auf den aufschließer von hsv bis dann